Heute brachten Kommunikation zusammen und zivile Flüge vom Flughafen wurden gestrichen. Die Tet-Offensive war der Anfang vom Ende, als Amerika wirklich begann, den Krieg zu verlieren. In der McVie-Anlage in Hue haben sie Kontakt mit dem russischen Überläufer aufgenommen. Nein! Wir wissen es. Er hat sich dem McVie gestellt. Sie waren dort mit. Er hatte Informationen über Dragovic, alles. Aber es war hoffnungslos. Schluss damit! Die MVA hatte die Stadt umgestellt. Das McVie war so gut wie abgebrannt. Der Überläufer war mit Sicherheit tot. Der war nicht tot! Es war hoffnungslos und sie gingen rein. Wieso? Sein Schutsteam hatte den Funkkontakt abgebrochen. Er durfte nicht tot sein. Ich brauchte diese verdammte Akte! Puh je! Da wurde ihnen so manches allmählich klarmessen. Der Überläufer. McVie-Anlage in Sicht. Da liegt eine Menge Scheiß vor Ihnen, Wurz. Wir wollen einen Überläufer mit Informationen über die Sowjets in Vietnam holen. Wir haben den Kontakt zu seiner Eskorte verloren. Aber vielleicht sind sie im McVie-Schutzraum. Wir finden nichts, denn er lebt. SIG-X-Ray-Team, einklink. SIG-2 Kalmer 50, die Link drü looked. SIG-2 Kalmer 50,илet geht drüben. ASTAS! David- Plēma 9,Stiv weh! Hotel 6, bitte kommen! Hotel 6, bitte kommen! Prima 9, habe Hotel 6 verloren. Hier, Spass 12! Sie passt auf Brandmunition! Wo soll's hingehen, Mächen? Prima 9, habe Sichtkontakt zu X-Ray. N.V.A. im gesamten Nordflügel holen. Heizt ihn hinein, Bowman! Prima 9 im Anflug. X-Ray, die Kürze einfließen! X-Ray, ihr habt freie Bahn! Na los, Bewegung! Aus der Weg, los! Bowman, nordöstliche Enkel! Unterwegs! X-Ray, wir drehen durchs Dach! Schnell! Lutha! Das Gebäude ist Gefahr überlaufen! Die Zentrale ist eine Etage tiefer! Ob der Überläufer den Angriff überlebt hat? Wenn ja, muss er ein ganz hafter Teufel sein! Spon, don, 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 don! Ruhig von Krohbein, 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 Krohbein! Krohbein, 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 Krohbein! Spon, man, was sagt er? Tötet die Zivilisten. Wir gehen zusammen zusammen mit den Amerikanern beweis orthoppt! Runter! Für diesen �onomern der Partei wird ihre Bedrafung durch Gottираus freustverein! Bauman, was sagt er? Tötet die Zivilisten. Wir gehen zusammen zusammen mit den Amerikanern beweis prophẩn! Runter! Wir gehen zusammen zusammen mit den Amerikanern beweis ... Runter! Die NVA hat den gesamten Mordflügel überwältigt. Verstanden, Lehmanoid. Wir sind unter dem Weg. Schutzraum direkt voraus. Molotow am Fenster. Der Schutzraum ist da unten. Tank hier. Ihn hat's erwischt. Komm zu dem! Verstanden, Lehmanoid. Wir sind unter dem Weg. Schutzraum direkt voraus. Molotow am Fenster. Der Schutzraum ist da unten. Granate geworfen! Halt den Kopf unten! Lade dich! Sicher! Der Schutzraum ist kompromittiert worden. Und wo ist dein Kontakt? Hat sich vielleicht zur Kommandozentrale zurückgezogen. Er lebt vielleicht noch. Bewegung! Zu mir! Schussräume sind auf der anderen Seite der Kriegszentrale. Ziel ausgeschlagen. Die brauchen. Ziel ausgeschlagen. Schussräume sind eine sozusagen. Geheuert! 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 Lema 9! Bericht over! X-Ray, die Infra-Hard, Meg B-Süd zurück erhobert! Ihr seid abgeschnitten! Scheiße! Verstanden, Lema 9! Nehmt die Beine in die Hand, falls ihr da jetzt noch raus wollt! Na los! Geheuert! 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 Er muss in einem dieser Räume sein! Mason, nimm die Tür am Ende des Ganges! Omen, zu mir! Mace Hasnoth! Wie konnten Sie aus Wakuta entkommen? Müge dazu, um wieder zu sein! Ich auch nicht, mein Freund! Ich bin hier, um Ihre Regierung zu warnen! Und ich hoffe, sie hört zu! Dragovic plant, den Westen anzugreifen! Weißen! Hast du, was du gesucht hast! Dragovic, man sieht sich immer zweimal! Sein Einfluss breitet sich aus wie Krebs! Nicht einmal der Kreml weiß, was er wirklich vorhat! Er muss aufgehalten werden messen! Dragovic, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben! Sind das Ihre Leute? Ich bin Viktor Reznov! Was hat er so lange gedauert, Max? Hoffentlich sind die Infos das wert! Klima 9, wo zum Henker ist unser Taxi? X-Ray, die Marines im Westen von McVie sind in schwere Kämpfe verwickelt! Brücken Sie zusammen vom Deltow, auf zwei Kilometer nördlich ein Fluss! Wir schaffen das, seien Sie einfach dort! Das ist nicht euer Krieg! Die vietnamesische Volksamäen sind ihr, um Auto befreien! Wir brauchen Luftunterstützung bei diesem Scheiß! 415, wir brauchen sofort Luftunterstützung! Er mit dem Funkgerät! Sind Sie, SSG? Er mit dem Funkgerät, Jungs! Wir brauchen den Scheiß! Texas, wir Sierra Oscar Gold Extra! Beschuss mit oberster Priorität auf mein Kommando! Autorisierung erteilt! Over! Roger! Wir brauchen! Was macht ihr nicht? Ziele nicht! That's right! 3-0 bestätigt! Gebiet für sicher! ein schnelles Pseil! 1-0 bestätigt! Wlang hier unter. Kussabend! Kussbass erledigt! Ziel ausgeschaltet! Ziel aus showing. Throw in! Da! Tēckx creators, 4-0 bestätigt auf meine Befehle! Werkschafts, Beschuss auf meinen Befehl! Kontakt erledigt! Vor der Nacht, halt mit den Rücken fangen! Ziel eliminiert! Feind erledigt! Ziel aufgeschaltet! Inhalts erwischt! Transporte ausgeschaltet! Da draußen ist ein Panzer! Schwer vom Panzer bei Vector Zulu 7 Fahrsport! Roger, X-Ray, Anschluss beginnt gleich! X-Ray, wir kommen rein! Schwer vom Panzer bei Vector Zulu 8 Fahrsport! Schwer vom Panzer bei Vector Zulu 8 Fahrsport! X-Ray, vor der Nacht! Ziel ausgeschaltet! Ziel ausgeschaltet! Ausgeschaltet! X-Ray, Sie kommen fortfahren! Höhenfiese gradieren! Das Zeitpunkt zu Kettenfeld! Wir sind einen halben Kilometer weg! Am Ende der Straße! Wir müssen die Gebäude angreifen! Ziel eliminieren! Machiere Koordinaten eliminieren! Verstanden, X-Ray. Angriff beginnt. Scheiße ausreichend, X-Ray. Wir sind unter schweren Beschuss. X-Ray ist wieder ungemütlich. X-Ray zieht sich zurück. So kann wir ausschalten. Dann sind wir wieder da. Over! Verstanden, Texas! Ich sehe es! Z.T.S.U. im ersten Stock am Ende der Straße. Wir müssen einen anderen Weg finden! Die Straße ist zu heiß! Wir gehen um das Gebäude rum! Messen! Hilf mir mal! Nein! 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 Da ist ein Panzer! Fester! Runter von der Straße! Scheiße! Nein! Messen! Der Z.S.U. muss weg! Moment, pass auf die Jungs auf! Verstanden! Erledigt! Ziel ausgeschaltet! Ich konnte nicht glauben, dass sich Reznov hier in Way befand, dass er der Überläufer war. Jetzt für Sie zurückgekommen, Mason. Reznov fahr zurück. Noch alles dran, mein Freund? Alles okay. Maison! Alles okay, Muda? Ich habe hier noch. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Hattung los! Der ZSU ist dicht bei uns. Eine Ladung an die Decke! Sprengen Sie ihnen den Boten weg! Charlie, hofft mir im Landbereich zurück. Wie lange noch? So drei Sekunden. Auf Distanz gehen! Bereit, Reznov! Gute Angst, mein Betten! Da! Unsere Mitfahrgelegenheit! Ich bin nicht sicher. Es sind noch andere Flügel unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. X-Ray, es gibt keine Luftunterstützung, solange wir evakuieren. Wir warten. Ladet nach! Ich will, dass die Landezone sicher ist. Mason, legt Sprengladungen rund um die Zone! Es sind noch andere Flügel unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. Der Dorcho war der Need for the computed第一. Wir sind noch etwas zu tun. Nach構 civils soll ich weg sein. Geschw trust zu können. Schlepp durchhalten. Run-L Turbo! Wir sind noch etwas zu geben. Wir sind noch keine Luftunterlegung mit einem Spiel. Geht, helft und weg! Hink sie weg! Weg! Weiterfeuern! Geht, helft und weg! Geht, helft mir jemanden! Roger! Geht, helft und weg! Weiß! Sie ziehen sich zurück! Das ist kein Rückzug! Sie sammelt sich! Kommando! X-ray 1-0! Hier unten brennt's gewaltig! Wo bleibt die Evakuierung? Die Stadtbildern, die LVA! Sie holen unsere Vögel vom Himmel! Wir sind nicht die Einzigen, die da rausfallen! Wir haben ein Paket von oberster Priorität! Wir müssen hier weg! Wir müssen für deinen Weg! Können Sie holen Sie hin! Amelie die Garnischenbrücke an! Eure Anfektion gegen die Volksrepublik Der Tamm wird nicht vorgeschafft bleiben! X-ray! Ihre Evakuierung ist unterwegs! Darüber in euer Heimer zurück zu gehen, öffnet ihr in unserer Stärbe! Stopp, gewinnt die Nacht vom Gold! Schuss auf Leit! 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 Geht, helft und weg! Geht, helft und weg! Nein! X-Ray hinter ihnen! Kommando! X-Ray 1-0! Hier unten brennt's gewaltig! Wo bleibt die Evakuierung? Die Stadtfeld an die LVA! Wir holen unsere Vögel vom Himmel! Wir sind nicht die Einzigen, die da rausfallen! Wir haben ein Paket von oberster Priorität! Wir füllen hier weg! Wir finden schon einen Weg! Können Sie wohl die Szenen! Amerikanische Entrodate! Eure Aggression gegen die Wurndriffung in der Damm wird nicht hochgeschraubt bleiben! X-Ray! Ihre Evakuierung ist unterwegs! Nach dem Euler Heimer zurückzukehren, hättet ihr in unserer Selbe! Doppelgeist in Damm vom Hohen! Lufthaufleisch! 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 X-Ray hinter ihnen! Verstanden! Es ist ein Patrouillenbote unterwegs! Verstanden! Eine Sekunde zu früh! Geben Sie Feuer auf uns! Top Delta ist in Position! Verstanden! X-Ray enden! Meistens Ziel markieren! Markiere Koordinaten! Top Delta! Legen Sie los! Verstanden! X-Ray, ziehen Sie alle zurück! Hiebt eure Erse aufs Boot! Los! Los! Ab ins Boot! Einsteigen! Soviel zum Waffenstillstand zum Zettel! Weiter! Mutes Feindes! Könnte auf seinem neuen Vergründeten beruhen! 4! 22! 21! 4! 0! 14! 0! 0! 0! 0! Untertitelung des ZDF, 2020